Tja, wie es aussieht, ist die Welt nicht untergegangen und deswegen rede ich heute mit euch mal über ein Buch. Und zwar über den Joker. Nicht den. Den anderen. Ich weiß, ich schwerbe in letzter Zeit ziemlich viel von Markus Zusack-Büchern, aber das mögt ihr mir verzeihen, denn ich habe gerade erst entdeckt, was für ein toller Autor ist. Und nachdem ich von die Bücher, die ich mir schon so begeistert war, habe ich mich gleich mal an ein anderes Buch von ihm gewagt, und zwar Der Joker. Und dieses Buch ist natürlich komplett anders als Die Bücherdieben, denn während das noch so ein bisschen sehr ruhig war, es war zwar auch, es hatte eine gewisse Komik, aber es war eigentlich eher tragisch. Und es hat natürlich auch ein sehr, sehr ernstes Thema zugrunde liegen, nämlich die Judenverfolgung im Zweiten Weltkrieg. Da ist Der Joker jetzt schon ganz anders. Es ist ein Jugendbuch, es ist insgesamt sehr witzig geschrieben, obwohl es auch ernste Themen behandelt, über die man sich mal Gedanken machen sollte. Deshalb mal ganz schnell, worum es geht. Es geht um Ed, der ist 19 Jahre alt und ich glaube, das Buch spielt in Australien, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist er ein totaler Loser. Er ist Taxifahrer, hat nach der Schule keine weitere Ausbildung gemacht oder studiert oder irgendwas. Nein, er hat beschlossen, er wird Taxifahrer. Mit den Frauen klappt es nicht so gut und er lebt jetzt in so einer ziemlich kleinen, stinkigen Bude mit einem unglaublich stinkenden alten Hund, den er aber abgöttisch liebt, so ist es nicht. Und tja, sein Leben ist sowas von stinknormal, das kann man schon gar nicht mehr beschreiben. Bis plötzlich eines Tages er in der Bank steht und diese Bank überfallen wird. Tja, und wie sich herausstellt, ist dieser Bankräuber absolut untalentiert, denn er stellt sich so blöd an, dass ausgerechnet Ed ihn irgendwie überwältigt und der Bankräuber verhaftet werden kann. Und dann am nächsten Tag, oder ich glaube ein paar Tage später, flattert bei Ed plötzlich eine Karte ein. Und zwar eine Spielkarte. Nämlich das Karo-Ass von einem Kartenspiel. Und es ist nicht einfach nur diese Karte, die da bei ihm landet. Nein, auf dieser Karte stehen drei Adressen. Und er weiß überhaupt nichts damit anzufangen. Steht auch kein Absender drauf, nichts, einfach diese komische Karte. Und dann beschließt er, zu diesen drei Adressen hinzugehen. Und was er dort vorfindet, das schockiert ihn erstmal ziemlich. Denn in diesen drei Häusern, die diese Adressen angeben, wohnen Familien oder Menschen, denen es nicht besonders gut geht. Im Gegenteil, den meisten davon geht es richtig schlecht. Und die leben in einem Elend, aus dem sie sich selber nicht helfen können. Tja, und Ed guckt sich das alles an und denkt sich plötzlich, na gut, vielleicht ist es jetzt meine Aufgabe, da zu helfen, dass ich diesen Menschen etwas Gutes tue. Und er tut es tatsächlich auch. Aber als er denkt, er ist gerade fertig, kommt eine neue Karte. Und so geht es die ganze Zeit weiter. Mehr möchte ich dazu jetzt nicht verraten. Warum das Buch jetzt letztendlich Joker heißt, verrate ich auch noch nicht, ist ganz klar. Das müsst ihr selber lesen. Aber ich kann euch schon mal sagen, es ist ein wahnsinnig gutes Buch. Also ich glaube, es gehört zu meinen Highlights im Jahr 2012. Und ich erzähle euch jetzt mal ganz genau, warum ich finde, dass dieses Buch so unglaublich genial ist. Also zum einen, wie ich schon vorher erwähnt habe, ist es unheimlich lustig geschrieben. Schon die Einstiegszene in das Buch, wo Ed in dieser Bank steht und der Bankräuber reinkommt. Also ich habe wirklich, ich habe das Buch als erstes im Zug gelesen und ich habe laut gelacht. Die Leute haben mich ganz komisch angeguckt. Aber das ist es wert. Ich kann es gar nicht beschreiben. Man muss es wirklich selber lesen. Diese Situationskomik, die Markus Zusack da aus Papier bringt, ist genial im wahrsten Sinne des Wortes. Und das geht natürlich durch das gesamte Buch weiter. Auch wenn es zwischendurch schon sehr schockierend und traurig ist, muss man immer wieder lachen. Das gefällt mir besonders gut an dem Buch. Hinzu kommt, dass Ed wirklich ein sehr angenehmer Charakter ist. Er beschreibt sich selber als Loser und dass er nichts in seinem Leben auf die Reihe bekommt. Das Verhältnis zu seiner Mutter ist unheimlich schwierig. Die behandelt ihn sehr schlecht und mag ihn nicht besonders. Dann hat er noch immer Pech mit den Frauen. Er ist schon ganz lange in eine Kollegin von sich verliebt und es klappt einfach nicht, weil sie sagt, sie möchte keine richtige Beziehung. Sie möchte lieber nur lose Dinge. Und naja, da hat er also immer irgendwie den Kürzeren gezogen. Aber obwohl er so ein liebenswerter Trottel ist, merkt man doch schnell, dass Ed eigentlich wirklich von ganzem Herzen ein guter Kerl ist. Und ja, man schließt ihn auch selber schnell ins Herz beim Lesen. Man fiebert mit ihm mit, man leidet mit ihm mit, wenn er zu diesen Adressen geht und das ganze Elend dort sieht und erst mal überhaupt nicht weiß, was er jetzt tun soll, ob das wirklich seine Aufgabe ist, da zu helfen. Weil das muss man sich mal überlegen. Man kommt irgendwie eine Adresse zugeschickt, geht da hin und sieht, okay, da sind Menschen, denen geht es wirklich, wirklich nicht gut. Mein Leben ist vielleicht gerade nicht so hervorragend, aber denen geht es wirklich schlecht. Und schaut man sich das einfach nur an? Handelt man? Greift man da ein? Ist das überhaupt meine Aufgabe? Also dieses ganze Thema Zivilcourage, was Ed angeht und wie er es angeht, das macht ihn unheimlich sympathisch. Und das ist auch etwas, was ich an dem Buch sehr schön finde. Denn das Thema Zivilcourage ist ja leider immer wieder aktuell, wenn man davon hört, dass irgendwo ein Mensch zusammengeschlagen wird und keiner hat geholfen. Oder eine Frau schreit um Hilfe, weil sie bedrängt wird und die Leute gehen einfach weiter. Dieses Problem gibt es. Und Markus Zusack hat es mit Der Joker echt geschafft, es direkt anzusprechen, aber auf eine solche Art und Weise, dass man sich nicht belehrt fühlt, sondern irgendwie unterhalten. Man liest es gerne, man hat Spaß an der Geschichte, man kommt aber auch ins Grübeln. Und tja, das Letzte, was mir noch unheimlich gut an dem Buch gefallen hat, das ist ja auch schon bald die Bücherdieben so gewesen, ist Markus Zusacks Schreibstil. Ich weiß gar nicht, mit wem ich es genau vergleichen kann, aber Markus Zusack ist einer dieser Autoren, wenn man von denen etwas liest, dann hängt man praktisch an den Worten. Man möchte sie am liebsten aufsaugen und nie wieder vergessen, weil er einen so präzisen Schreibstil hat. Er drückt sich genau richtig aus, er findet immer das Wort, was man am liebsten hätte und ja, ist dabei wirklich schön. Ich kann euch mal eine Stelle vielleicht zitieren. Ja, das mache ich mal. Okay, das ist jetzt eine etwas romantischere Stelle. Nein, nicht wirklich romantisch. Aber es geht darum, wie Ed seine Arbeitskollegin beschreibt. Und da könnt ihr dann vielleicht mal sehen, was ich meine mit Erfindet genau die richtigen Worte, so dass man denkt, ha, schön, ja, doch. Als sie den Kaffee trinkt, den ich gekocht habe, betrachte ich die Röte ihrer Lippen und wünsche mir, dass ich einfach aufstehen und zu ihr gehen und sie küssen könnte. Ich möchte die Körperlichkeit dieser Lippen spüren und ihre Weichheit an meinen eigenen. Ich möchte in sie hineinatmen, möchte mit ihr atmen. Ich möchte mit meinen Zähnen ihren Hals streifen dürfen, mit meinen Fingern ihren Rücken berühren und sie durch das herrliche, zarte Gelb ihres Haares gleiten lassen. Ehrlich? Ja, jetzt habt ihr vielleicht einen kleinen Eindruck bekommen von Markus Zusack und seinem Schreibstil. Und wie gesagt, ich kann das Buch nur empfehlen. Lest es auf jeden Fall. Ich bin gerade schon überall am Empfehlen des Buches. Ich glaube, ich gehe damit schon allen Leuten total auf die Nerven. Aber vielleicht habt ihr ja auch Spaß dran. Und ja, so viel zu meinem Sonntagsvideo diesmal. Es ist ausnahmsweise mal nichts besonders Aufwendiges. Es geht ja auch auf Weihnachten zu und von daher habe ich auch noch ganz viel anderen Kram zu tun. Euch wünsche ich auf jeden Fall schöne Feiertage, falls ihr keine Christen seid. Einfach so, schöne Freizeit und ansonsten natürlich fröhliche Weihnachten. Macht es gut, wir sehen uns dann demnächst wieder und esst nicht zu viel Braten. Davon wird einem schlecht. Tschüss!